Die fünfte Sinfonie ist Bruckners Polyphonisch Meisterwerk. Jedes Konzert ist für mich ein Gottesdienst, weil das vollkommene Musik ist. Man fühlt sich getragen wie von Wellen, man surft auf der Musik. Da strahlt so was Frisches und Junges aus. Vielen Dank. Die Tournee ist für uns alle ein Geschenk. Ich freue mich auf heute Abend. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR